Diese Leute wieder in zwei Jahren vielleicht, man hat sich vielleicht ein oder zwei Gesichter gemerkt. Aber hier ist eine richtig intensive Begegnung, vor allem so etwas Verrücktes zu machen. Es ist nicht nur die Situation mit dem Bus, sondern dass sie es selbst gewollt haben, sie haben etwas gewagt. Und ich darf dabei sein, es ist fantastisch. Und ich darf dabei sein, es darf dabei sein, es darf dabei sein. Und ich darf dabei sein, es darf dabei sein, es darf dabei sein, es darf dabei sein. Und ich darf dabei sein, es darf dabei sein, es darf dabei sein, es darf dabei sein. Ich glaube, ich kann einen. Vielen Dank.